Musik Ja, spiel einfach irgendwas, völlig egal. Geht OP, Alter. Geht Vakuum, Junge. Auf jeden Fall. Äh, Richtung? 2-5 In Phantom. Okay. Wir sind heute wieder richtig gut, oder? Hm, so wie jeden Tag. Weil ich mein, ich hab heute in Ozu First Try Heroes of Our Time gebracht. Also, mit Ozu bin ich heute nicht schlecht. Wieder mal richtig schlecht, hab ich gehört. Oh ja, stimmt auch. Das darfst du doch nicht laut sagen. Dann kommt wieder rüber. Oh, du bist eingewildert. Stimmt. Ich hab ja auch eigentlich Spin-Bot. Ja, ja. Nicht mehr. Jetzt hast du ja Tablet, jetzt flamet ja keiner mehr da drauf rum. Genau, stimmt. Weil Tablet ist ja, ist ja nicht so wie Maus. Vor allem, ich hab jetzt immer schlechter Spins als mit Maus. Ich kann maximal 340 machen. Ich komm, ich krieg keines schnellen Spins mehr hin. Dafür kann ich 260 BPM tappen. Mir sind lieber 260 BPM. Spins braucht man einfach nicht. Oh, hier sind so viele Leute wieder hin. Oh, hier sind so viele Leute wieder hin. Und das ist nicht das gleiche wie eben passiert. Ich konnte dir nicht helfen. Tut mir ja leid. Ja, ja. Ich hätt' ihn hier mit ne pikix. Das sagen sie alle. Tut mir ja leid. Eigentlich tut's mir ja nicht leid. Weiß ich doch. Oh, hier ist Boxer, Leute. Mir wird's nur leid tun, wenn's Hui gewesen wäre. Okay, das merk ich mir. Hui ist mein Schatz, ne? Sehe ich überhaupt nicht ein jetzt. Oh, es ist Stoney. Dieser scheiß kleine Faggot. Kann ich dir helfen? Das war ja Team. Jawohl, kot. Kot, 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 schnell. Ich komme. Oh, es ist ein Grappler. Ich bin schnell da. Grappler, ja. Ich kann nichts kotz gucken gerade. Ähm. Ich check dich, ich check dich. 150 minus 150. Komm schnell. Bin da, bin da. Fick ihn, Alter. Vor allem, er hittet mich durch die Weins durch, dieser Spasti. Hinter dir. Alter, wie viel Schaden die machen. Ab einen. Achtung. Ach, du glaubst, wo ich da nicht hängt? Gibt's doch hin? Ja, du bist einfach nicht. Das bist du. Verdient halt. Ich hab das meiste, glaub ich, gekriegt. Was für den Kidd hast du? Phantom. Ich begonnen, weil ich rausgeflogen bin. Die haben mich fast im Lock gegrittet. Äh, ich krieg den, glaub ich, 20 Sekunden. So, ja, versuch nur hochzuspringen, ich bin kein Ge... Nee, nee. Bring den nichts auf den Baum zu springen. Spasti, ey. Was ist denn das mal weg? Oh, jetzt hat er die Supps von dem Typen, ne? Besammelt die nicht der vorgekehrte. Lass ihn das mal weg. Ach, soll doch ruhig. Soll ruhig da hinten auf die Bäume gehen. Der ist eh in Random. Ja, eh. Da siehst du. Bäume. Vor allem, wenn er sich jetzt über 2v1 beschwert, ist einfach nur das behinderte Kind der ganzen Welt. Ja, die wollten mich auf 2v1 nennen. Scheiße. Eben, die haben dich auf 2v1. Vor allem, ich krieg schon wieder richtig krassen Damage von dem Typen, ey. Ich kann einfach kein Minecraft mehr spielen. Ich bin da zu viel schlecht geworden. Ist ja auch ein Bauspiel. Ja, ne. Eigentlich. Da bin uns noch kein Phantom. Ich werde jetzt auf Crit gehen. Ja, tot. Bei meinem GF. Fah mich einfach zu 2v1. Das hält ich nicht ein. Hast du Balls für mich? Ja. Weil ich hab nur noch 4 Zoops. Ja, da 14. Danke. Jetzt hab ich wieder eine Bar. Fast 2. Passt du noch? Swooms, oder? Ne, ne. Passt schon. Erstmal. Okay. Wenn ich sterbe, sag ich dir Bescheid. Super. Wieso gibst du mir denn keine Zoops? Du hast gedacht, das reicht. Ah, wir fighten zwar. Ich glaub ich gebe mir jetzt gleich mal den Killsteam. Nein, der ist funky. Ah, der hat Killsteam. Ich nehm die Zoops. Der tröst mit dir nun. Ja, er macht doch Wony one, alter. Ja. Wo ist er denn jetzt? Ja, 1v1. Junge. Komm halt einfach her. Warte. Kein 2v1. Alter, ich schreib 1v1. Kein 2v1. Kein 2v1. Ja. Hier, Bisa. Stack, Stack. Ah, ich komme, ich komme. Na, fast. Halber, halber. Okay. Ja, ohne Scheiß. Ich bin wirklich richtig kacke in Minecraft geworden. Okay. Ja. Jetzt musst du wieder auf Bisa warten kurz. Ja, ja, ich bin nicht so schnell. Ich kann ja echt die ganze Zeit mit Fanta fliegen. Ja, ja. Ähm, da war da gerade einer unten in der Schlucht. Mhm. Tower. Alter, äh, ich seh den Tower nicht. Meine Chunks lag nicht. Warte. Wenn ich jetzt... Nein, nein, nein. Der ist hier vorne. Hier vorne. Ja, sag mir mal, wenn du... Weil ich seh das... Ich bin, ich steh gleich drunter. Ich seh... Ah, so gut, okay. Ja, ich steh drunter. Ja, mein. Das ist einer drauf. Einer drauf, den sehe ich durch den Chunk Bug. Okay, ich hole mir kurz 8 Holz in die Schuhe. Das ist einer alleine. Das ist ein Solo-Stomper wahrscheinlich. Warte mal, wenn er springt. Ne, der Switcher. Ich sag der Switcher. Switcher ist ein Fisherman, glaub ich. Ja, wenn er Stomper wäre, er hätte auch schon gestompt. Oh, fuck ja. Get him. Pass auf! Achtung! Der ist... Der ist Stomper. Hipp, warte. Es sind auch nur noch zwei Gegner am Bisa. Wir können die Runde gewinnen. Wenn das keine Trap ist. Ich nehm mir mal ganz vorsichtshalber ne Picke mit hier. Ne Holzpicke. Aha, ich hab auch eine. Ah, aber zwei Gegner. Die sind eigentlich... Die kann nicht bei der Launch-Rad-Trap orientiert. Ich will nicht mit einem Buch fliegen, sodass... Nein, kannst du nicht. Du, wenn du gemaged wirst, bewegt dich nicht. Dann fällst du nicht rein. Du darfst dich einfach gar nicht bewegen. Auch wenn es Reflex ist, dass man sich normalerweise bewegt, um sich umzugucken. Aber wenn du gemaged wirst, nicht bewegen. Weil sonst laufst du auf den Launcher-Pad. Und dann bist du tot. Es ist in der Launcher-Trap. Weil ich track zwei an der gleichen Stelle. Äh, lauf nicht straight auf. Bloi, warte, warte, warte. Ist das vielleicht direkt hier unten drunter? Weil hier liegen Items random oben. Ne, die werden nicht hochgebacken. Oh, doch. Könnte. Nein, aber noch nicht so nah. Ist auf jeden Fall die Launcher-Trap. Oh, fag. Ist mich runtergefallen. Launcher-Trap und eine Hulk-Trap oder sowas wahrscheinlich. Eins von beidem, ja. Wollen wir jetzt nicht lieber Steinpacken machen? Ja, das machen wir gleich, wenn wir wissen, wo die sind. Ja, hier unten, ja. Da, irgendwo in die Richtung. Wir sind jetzt einmal drum herum gelaufen. Ja. Mach mal Stein. Pick. Ja, okay, machen wir hier. Ich hole kurz Stein, du holst Holz. Oh, okay. Du hast zwei Holz. Ja, ich weiß. Aber die vier, ne, drei. Wegen. Denkens. Lassen wir einfach runter, dann Crafty-Stuff. Zwei sollten reichen, eigentlich. Ne, drei. Wir brauchen genug Sticks. Obwohl, ne, zwei reichen. Naja. Ja. Hast du grad Volldeutsch bekommen? Ja, ja. Zeig. Okay. Okay. Warte. So. Läuft. Hahahaha. Was ist? Hahahaha. Schau und Schatz. Oh. Ah, da vorne. Lol, lol, die trappen nicht. Der ist Launcher, der ist Launcher, der ist Launcher. Nicht hin. Uff. Hier. Hier. Ich dachte, der trapt irgendwie oder sowas. Nein, nein. Boost? Äh, warte. Das ist toll, oder? Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. Ja, das ist toll. Ich weiß nicht. Das ist toll, oder? Dämpfer. Ja, das ist toll, oder? Oh, das ist toll, oder? Jäые. ах Warte. Musik Verfiss dich, verfiss dich Nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Oh mein Gott Das war ja auch mal eine sehr interessante Runde, muss man sagen Ich sag doch, ich sterbe Ja, aber du wärst ja sonst wieder 20 Minuten weiter weggelaufen Ja, klar